Hallo und herzlich willkommen zum WetterTV bei Wetter.net. Auch der heutige Tag beginnt vor allen Dingen in einem Streifen von Hessen über Rheinland-Pfalz bis nach Baden-Württemberg mit recht vielen noch dichten Wolken. Und hier kommt die Sonne erst zum Mittag zum Zug. Sonst nach Osten und Südosten hin dagegen recht viel Sonnenschein. Und hier wird es auch heute am wärmsten. Wir erwarten in Berlin und Brandenburg zu 26, 27 Grad und im Westen des Landes, da geht es rauf auf 22 bis 24 Grad. Die kommende Nacht, die wird ja nicht mehr ganz so trocken ausfallen, vor allen Dingen im Norden. Da ziehen dann doch dichte Wolken auf und die bringen hier Richtung Schleswig-Holstein zeitweise etwas Regen. Dagegen ist es meistens im Osten und im Süden nur gering bewölkt, stellenweise auch sternenklar. Die Temperaturen gehen in der kommenden Nacht zurück auf 17 bis 11 Grad. Morgen dann am Donnerstag, da erwarten wir den ersten Hitzetag des Jahres. Denn die Temperaturen, die gehen rauf, stellenweise auf bis zu 30 Grad. Das wird wahrscheinlich hier irgendwo am Oberrhein der Fall sein. Und das ist dann damit wirklich das erste Mal in diesem Jahr, dass wir die 30 Grad Marke erreichen. Am Freitag ist es dann schon wieder etwas kühler. Maximal werden 18 bis 23 Grad erreicht, aber es gibt meistens einen recht freundlichen Tag. Mal scheinen die Sonne, mal ziehen einige Wolkenfelder vorüber. Besonders freundlich wird dann der Samstag werden, denn der bringt viel Sonnenschein und kaum Schauer oder Gewitter. Und das Ganze bei 22 bis 28 Grad. Und der Trend für die Folgetage ist, es wird immer wärmer, es droht eine erste Hitzewelle. Und das bedeutet, wir können nächste Woche, so Dienstag, Mittwoch mit Höchstwärmen zwischen 30 und 35 Grad rechnen. Und vielleicht werden es sogar lokal noch mehr. Und mit diesen heißen Aussichten, da wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Tschüss, bis morgen.